Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Sherlock Holmes Crimes and Punishment und es tut mir wirklich an dieser Stelle wirklich sehr leid. Hallo, ähm, die letzte Woche kam leider kein Video von Sherlock Holmes Crimes and Punishment und, äh, tut mir leid. Und ich hatte es einfach nicht mehr geschafft, irgendwie das Ding niederzuknien und niederzukrempeln. Also, ich hatte so viel zu tun und ich hoffe, diese Woche, äh, wird sich das ein bisschen relativieren, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ähm, aber die Leiche haben wir in der letzten Runde so gesehen, wie ich das mitbekommen habe. Haben wir das, ähm, abgeschlossen. Und wir können nun, es war, ich weiß, es ist ein bisschen doof, aber wir können nun aktuell die Leute hier, die drei waren es, glaube ich, verhören. Ob das so klug ist? Weiß doch nicht, wie, wie, warum, weshalb, man, aber nur meine Dinge hier. Ich muss auch arbeiten, ne? Guck mal hier, Nase, Kinn, Mund, da gibt es nichts zu tun, außer hier ein Pöbel oder was? Und dann, hier weiter, so. So, der arrogante Ausdruck kann ja wohl vom Vater, ne? Also, er wirkt ziemlich, er denkt, er wäre ein hohes Tier. Vielleicht ist er es ja auch, keine Ahnung. Okay, er hat lege Wurzeln, er ist ein hohe, er findet sich als hohes Tier. Und ne Goldkette. Er ist ne reicher, verdrossener, verschlingener Mann. Er ist ein hohes Tier. 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 Was er obstruktiv? Not at all. Everything he did led us to greater success. He helped us increase the potential of the building. Please tell me what happened this morning. The test that we performed this morning was a success. The steam was working well. Then, of course, that awful murder. What did you see? The steam was too thick to see anything. But ask Garrow, he saw the body first. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Look, I'm not a suspicious fellow, but I think that he had professional interests elsewhere that he did not wish us to know about. Why should you think that? Where? I have no idea. But after all, it was not my business. Hmm. Ja, werden ja Fragen über Fragen geklärt und somit neue unterworfen. How was the work progressed before Sir Rodney's arrival? Rather slowly, I would say. Oh man, was war das hier? Ziemlich schleppen, würde ich sagen. Warte, ich weiß nicht mehr, was da im Brief stand. Komische Münze, kann ja nichts heißen. Und kühler Champagner, pfff. Die drei würde ich hier ausschließen. Ja. 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 Okay, also er hat mittlerweile wieder... ...der Rang bekommen. Richtige Entscheidungen zu treffen. Yo, Medikamente! Are you aware that Mr. Garrow is under a form of medication? Garrow? No. But I never liked that parasite. Do you believe him to be capable of murder? Well, he did have blood on him. Does that make him a murderer? Wer weiß, der weiß. Aber sie haben schon Panik gehabt und so wird... ...is er wahrscheinlich selbst um... ...bekommen. Absolutly not. Sir Rodney did, I think. So, der nächste bitte nehm ich mal an. Please escort this suspect for interrogation. Good day to you, Sir. My name is Sherlock Holmes and I am assisting the police with their investigation. ...of the murder of Sir Rodney Bentcliffe. Would you mind if I asked you a few questions? Not at all Mr. Holmes. My name is Percival Blinkhorn. ...is hier offenbar nicht wohlhabend. Das war nicht mal so schlimm. Hat ein bisschen Flecken. Also, der hat vor kurzem was ausgegraben. So. Hm? Mal kurz. Ist hier irgendwas? Nö. Irgendwas haben wir übersehen. ... 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 Na dann, was ist mit ihm los, dem Herren? Jaaa, was haben wir hier nicht noch? Jaaa Ich glaube, Garrow zu töten, Sir Rodney. Oh nein! Garrow kann nicht einen Flügel haben. Ich kann meine Hände nicht vor meinen Augen sehen. Interessant. Aber nun gut. Irgendes ungewöhnliches. Auch hier muss man mal fragen, was denn so ungewöhnlich ist oder war in dem ganzen Getummel. Kannst du mich erinnern, dass es nun ein bisschen anders geworden ist? Ach so, und dein Ring, ne? Sir Rodney hat seine persönlichen Ideen von Archeologie gehabt. Was kannst du mir über Garrow erzählen? Hm, na gut, ihre Arbeit. Da kommt dir der Brief ins Spiel. Und der Champagner? Hat da mal mit ihm zu tun. Habt ihr die Bottle Champagne in die Veränderung? Nein, ich habe nicht. Habt ihr die Bottle Champagne in die Veränderung? Und in einem anderen Fall? Okay, das sind also vier Personen. Und einen davon hat den fünften umgebracht, das klingt ja mal ganz schön. Also, er ist nur eine gewisse Person, die eigentlich nichts zu tun hat. Also, er sieht so aus, als ob er den Mord nicht begehen hat. Also, er hat schon länger nicht geschlafen. Heißt also, er ist wahrscheinlich über müdet. Das schmeißt, das sieht man ja gar nicht. Hm. Okay, der Herr ist also ein bisschen abergläubisch. Nase, Mund, nichts Persönliches. Hier irgendwie Kragen auch nichts. Wunderhand, dreckige Kleider. Na gut, ja gut. Was ist deine Arbeit? Ich bin ein Künstler in der Distriktschamber. Und was hast du gemacht, in den Baths? Ich folge die Forschungen. Ich bin interessiert in Archeologie. Du folgst sie? Hm, er arbeitet in der Verwaltung, hat aber dreckige Kleider. Das ist irgendwie komisch. Was war es so, mit Sir Rodney zu arbeiten? Es war so, mit einem Genie. Er war ein schwerer Mann. Aber dann, du weißt, diese Welt ist hart. Es gibt immer Menschen, die von dir wollen. Und er, er, er hat mir gebraucht, aber... Oh. Du fühlst dich nicht gut? Oh, ich bin sorry. Das bin ich. Oh, ich erinnere mich. Oh, ich fühle mich so sorry. Hast du nichts? Ich, äh... Ich fühle mich schlecht. Ich höre... Nein, nichts. Ich bin jetzt besser. Hat er irgendwelche Probleme? Hm. Please try to recall what you saw today. The room was so, so hot. I had to remove my glasses. I was not feeling so very well in there. But you found the body. I saw the knife, you know. Flying through the air, I, I, I saw the blood. I tried to escape, I, I don't remember. You saw the knife? What did it look like? Everything was, as if, in a nightmare. It all happened so fast. The knife was, was shining like, like gold. Also er hat eigentlich gesehen und ist somit total, aus der Rand und Band. Hm. Had Sir Rodney exhibited any recent strange behavior? Well, he, he had been rather secretive these past few days. Last Thursday, for, for example, I saw him leave. When he returned, it was very late. He showed me some wet coins. Roman coins. And, uh, he, he started to laugh. Roman coins. Roman coins. So much! Einen Ring! Oh, it should be destroyed. Why do you say that? It is a curse ring. Digging dark secrets. Really? Da ist irgendwie von einem Fluch betroffen, der Herr. Das tut nur leid, wirklich leid. Es ist von dem 3. Jahrhundert. Es muss sehr schwer sein sein. Nein, ich weiß nicht. Danke, danke. Das wird mir helfen. Bez vorsichtig mit der Dose. Ich werde. Ich meine es. Ja, das ist wohl ein Schlimmer. Du hast ein Champagne in der Veränderung. Was? Nein! Garo scheint ziemlich mental verabschiedet zu sein. Entweder das oder er ist ein guter Akteur. Wir haben ja auch noch gewisse Sachen, die wir hier abschließen können. Wie zum Beispiel, wir suchen den Tatwasser. Wir können den Tat auch weiter untersuchen. Wir müssen ja so eine Zange oder irgendwas finden, wo wir das Ding dann auseinander nehmen. Und die Tatwaffe ist natürlich aus dem ganzen guten, ähm, soll ich sagen, aus dem alten Quatsch geworden. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir hier weitermachen mit den Besuchungen vor Ort. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss und Ciao. Tschüss. Tschüss und Ciao. Tschüss und Ciao. job夾. Tschüss und Ciao. T喔suo. Lovely.